Beat – Business Events and Tours Mozarts wunderbare Jupiter-Sinfonie ertönt in der alten Oper Frankfurt, gespielt von der Philharmonie der Nationen. Ein Star vereint hier die musikalische Weltelite. Unter Leitung des Chefdirigenten und Gründers Justus Franz musizieren Künstler aus Russland und China, aus Serbien und Kroatien, aus Israel und Syrien zusammen. Let's make music as friends. 40 Nationen folgen Justus Franz Credo seit 1995. Gemeinsam mit der Full-Service-Event-Agentur Beat – Business Events and Tours in Frankfurt und Bad Pyrmont – plant Justus Franz weitere Konzerthighlights. Er beauftragte Beat, sechs Benefizkonzertevents seiner Philharmonie der Nationen umzusetzen. Von der Sponsorensuche bis zum Ticketverkauf. Für Justus Franz war die Entscheidung für Beat eine klare Sache. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Sie haben ja nicht nur mich, sondern auch ein fantastisches Orchester, die Philharmonie der Nation, die von vielen Kritikern in der ganzen Welt zu einem der zehn besten Ensemble gerechnet wird. Und dieses Orchester zeichnet etwas aus. Es hat ein Feuer und eine Begeisterung, dass es wirklich auch dieses Feuer in anderen entfachen kann. Sie wissen ja, jemand kann nur andere entzünden, der auch selber brennt. Und das ist bei diesem Orchester ganz deutlich. Das ist auch die Philosophie von Beat. Denn wenn man jemanden überzeugen kann und wenn man selbst der Meinung ist, dass man voller Elan ist und Energie, kann man das auch zu der Öffentlichkeit, zum Publikum rüberbringen. Seit 15 Jahren ist Beat Spezialist für hochwertige Events. Bundesweit, europaweit, weltweit. Für Hauptversammlung und Schulungen, für Mitarbeiterincentives und Konzerte. Ein 25-köpfiges Team um Beat-Geschäftsführerin Elfriede Kessler kreiert für jeden Kunden durchdachte, individuelle und erfolgreiche Konzepte, um genau das Event einzigartig zu machen. Ein Netzwerk ausgewählter Partner weltweit sorgt für perfekte Organisation und hervorragende Umsetzung aller Projekte auf internationalen Bühnen. Beat setzt auf professionelle Details, auf herausragende Qualität und Exklusivität, auf Ideen, die zu besonderen Events werden, auf Konzepte, aus denen bleibende Erinnerungen hervorgehen. Alles aus einer Hand, aus der Hand von Beat. So wurde das Unternehmen zu einem der Marktführer für Business-Veranstaltungen in Deutschland. Gerade große Unternehmen haben hohe Ansprüche. Wir, mein Team und ich verwirklichen diese Ansprüche mit kreativen, exklusiven Ideen deutschlandweit, international, um am Ende zufriedene Kunden zu haben. Das Who's Who aus Industrie, Wirtschaft, Kunst und Kultur schätzt die Ideen und Lösungen von Beat – Business Events and Tours. Planung, Gestaltung und Umsetzung begeistern die Kunden, überraschen sie und überzeugen sie. Beat – Business Events and Tours Damit Sie Gast Ihres Events sind.